Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Foundation. So, wir können hier Erntefeld einzeichnen, erstmal klatscht wieder drei Bauern rein und dann können wir von, ich würde sagen, hier aus bis hier rüber und dann hier so und vielleicht sogar noch hier. Das sieht, glaube ich, an sich ganz gut aus. Da schauen wir mal, dass wir das dann hinkriegen. Da laufen die rein. Dann können die das machen. Sehr gut. Ähm, wir mussten noch ins Buchen, denn hier gibt es irgendwo nicht das da, das hier. Das da. Steuern der Mühl, das wollen wir, sollen wir haben wollen. Dann machen wir das aus und dann soll es das irgendwo, ne? So, da kommt nochmal so einer und müssen wir das dann hier in die Stikte oder so. Kein Lehrerplatz hier. Hier können wir das nicht ändern. Nein, dann hierher. So. Klingt wie ein guter Trade. Ähm. Ja, vielleicht nächstes Mal. Jetzt gerade nicht. So, hierhin. Hierhin mit dir und dann, äh, müssten wir hier in die wirtschaft, in die steuern und dann haben wir hier eine Gemeine und diese eine Gemeine bezahlt genauso wie die anderen auch. Halt. Oh, die bezahlt dann schon bei 30. Okay. Die bezahlt 5. Das haben wir eine Mintmühle, also 0. Okay. Ah, das kann man dann ein- und ausspalten. Das ist ja, das ist ja praktisch. Aha. Aha. Okay. Ich verstehe. Oh, bitte, komm. 5 hätten wir gebraucht. Ich... Ja. Denkste, ne? Hast du, hast du gedacht? Hast du. Hast du aber falsch gedacht, mein Freund. ganz, ganz falsch. Ganz falsch hast du da gedacht. Ganz, ganz falsch. Aber hey. So, da, da. Ja, ja. So, da hinten nix. Da nix. Naja. Naja. Aha. Aha. Hier haben wir's. Und jetzt rein damit. Und was wir natürlich unbedingt benötigen, ist selbstverständlich. Bauen. Holzfäller. Und zwar benötigen wir den dann tatsächlich hier hinten. Denn wir müssen hier abbauen und dann hier bitte. Hier bitte alles recht was, ne? Und hier bitte eigentlich auch noch. So. Und dann können wir das auf die Seite stupfen. Sehr, sehr gut. Das wollte ich nicht auf die Seite stupfen. Das kann hier hin. Aber wir können dann hier und dann Neuankömmlinge bitten um Audienz. Ja. Da kommen sie angerobbt. Hm. Aufträge. Immer wieder falle ich drauf rein. Immer und immer wieder. Ja, aber so ist er halt. Aber so ist er halt. Und das hätte ich gerade ausgewählt. Das wählen wir nicht mehr aus. Dann machen wir hier zu. Da ist Windmühle. Da ist der. Den können wir bauen. Dann können wir den zu machen. Ja. Vorragend. Und dann müssen wir natürlich hier hin. Denn wir benötigen ja auch hier so eine formschöne Bäckerei. die ich bitte hier hin haben wollen würde. So. So hätte ich das bitte gerne. So, aber die kostet 100. Ja, bist du des Wahnsinn. Hammermäss. Das ist ja. Das sind Zustände. So. Ja, dann kommt hier Weizen. Oh, wir können Weizen nirgendwo lagern. Denn hier. Hier Weizen. So, jetzt was. Aber wir benötigen dann auch wieder so ein. Wo ist denn hier Logistik? So, Ragel. Lagerhaus. Ah, nee, nix. Nix Lagerhaus. Das ist falsch. Weichert. Hier. Hier, Speicher. Und Speicher ist gut, weil Speicher tut keinem weh, ne? So, Speicher. Speicher. Hier ist Speicher. Nein, hier unten ist Speicher. Beziehungsweise hier. Hier ist Speicher hervorragend. So, wir gucken hier. Zwei Müller müssen da rein, wa? So, Weizen gibt's noch keinen. Aber bald. So, jetzt fisch's gleich wieder, weil der Speicher so, ne? So, und jetzt können wir hier Steuer, Windmühle, eine. Können wir gar nicht ausschauen? Doch, können wir. Okay, dann... Okay, dann... Nein, bei uns werden auch die Windmühlen besteuert. Bei uns wird alles... Alles. Alles wird bei uns besteuert. Boah. Hier hin, hier hin. Hier benötigen... Hier benötigen... Da müssten wir hin. Und dann müssten wir mal... Hm. Ja, oder auch nicht, ne? Oh, Hecke, Taverne. Nein, hier hin. Hier runter müssen wir. Okay. Da gibt's dann die Schäferei, die Weberei und die Schneiderei. Okay. Okay, 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 ja. Warum nicht? Weicher können wir bauen, machen wir. Jetzt, jetzt kommt da... Jetzt wird da das erste Mal, ne? Da wird's reingeschleppt. Und da haben wir acht Weizen. Wow. Und jetzt haben wir auch vier Weizen. Okay, 22. Jawohl. Hexte, wir wurden... Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Da ist der Speicher, der wird jetzt hochgezogen. Sehr schön, da drüben läuten die Kirchenglocken. Ich hoffe, man kann's wieder hören. Ich hoffe es so sehr. Ich kann es keinem sagen. Denn aus mir unerfindlichen Gründen hat OBS irgendwann mal aufgehört, zweite Autospur aufzunehmen. Und ich weiß wieso. Es wird Gründe haben. Man muss die nur nicht immer verstehen. Mensch, da kommt schon wieder ein neuer Sack. Komm rein. Komm rein. Komm, hau jetzt den Speicher da rein. Mache. Ja. Komm, komm. Geh hin. Hau drauf. Mit deinem Hammer. Zwei, drei Mal. Sehr schön. So, dann können wir da direkt hier reinklatschen. Und wir wollen hier Weizen. Weizen. Mehl. Und Brot. Das sind die Dinge, die wir hier haben wollen. Dankeschön. Dann macht ihr mal zu. Und dann schauen wir, dass wir die 150 auf die Seite kriegen, um endlich hier mal dann diese Bäckerei zu bauen. Ja, sie braucht Mehl und. Und langsam wird es hier weniger. Das war geäppig. Okay. Okay. Welches war das denn? War das das hier unten? Das war ich das hier unten. Ja, dafür brauchen wir 200. Dafür brauchen wir vorher die Bäckerei. Das kann ich jetzt schon sagen. Das ist einfach notwendig. Wie sieht es hier aus? 50, 50 Start der Farm. Ruhe Pause. Okay. Naja. Wenn die das so sehen, was wollen wir denn dagegen tun? Können wir ja nicht viel machen. Ja, ja. Schon wieder ein Neuankömmling im Dorf. Wir haben aber momentan auch tatsächlich nur einen Arbeitsbuch. Und in die Bäckerei passen zwei rein. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ei, 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 ei. So. Neuankömmling im Dorf? Nein. Nähert. Nähert sich dem Dorf. Okay. Wie sieht es denn aus? Da ist auch noch. Da ist schön. Da ist sicher. Da kommt mal einer. Okay. Da sind sie, die Neuankömmlinge. Da kommen sie rein. Da wollen sie. So. Ja, jetzt kommt erstmal der Händler, der uns ein bisschen Geld wegnimmt. Und dann kommen die, boah, hier Leute. Hallo. Und dann können wir die Bäckerei bauen. Mensch, darf euch nicht um was draufstehen? Halt das da mal ein Stück auf die Seite. Dann können wir nämlich hier umstellen auf Brot. Beziehungsweise wir lassen hier die Bären stellen hier um auf Brot. Warum stellen wir hier um auf Brot? Weil da ist ein Dach drüber. Und Brot, wenn es regnet, dann wird Brot matschig. Aber Bären nicht. Weil die wachsen ja auch in der Natur. Und ich weiß, hier gibt es keinen Regen. Aber man kann sich das ja mal so ein bisschen vorstellen. Das geht ja. So ein bisschen kann man sich das ja vorstellen. So, hier oben schauen wir dann. Oben wäre es Kloster. Da oben wäre Kloster schon so ein Premium irgendwann mal. So, der hat 10, der hat 30, hä? Okay, wenn wir jetzt auf den Marktplatz gehen. Und dann sage ich hier Marktplatz-Bauhe. Und dann gehen hier Luftstelle. Dann kostet 50. Aber die werden wir jetzt dann wohl zusammen kriegen, oder? Würde ich jetzt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich behaupte das einfach mal. Pudala. So, wie sieht es aus? Kann nicht bauen. Ja, erfüllt. Erfüllt. Geldwerten Vorteil. Ich weiß. Nein. Können wir das bitte priorisiert behandeln? Immerhin geht es da hart um Nahrung. So, da Mehl. Da würde ich sagen, hauen wir den Weizen raus. Da wollen wir nur Bären haben. Mehl. Mehl haben wir schon ein bisschen. Weizen haben wir noch rein. Der kommt jetzt dann. Hoffentlich wurde der jetzt nicht vernichtet in meiner Intelenz. Intelenz. Oh, bitte. Bei der Bäckerei fehlt nur noch jemand, der skröpelt. Haut rein. Aber zügig bitte. Aber zügig, bitte. Das ist schon. Haben wir hier noch was drin? Ne, haben wir nicht. Wir haben aber auch in Sicht sonst keinen Weizen mehr. Uiuiuiuiuiui. Da müssen wir, ne? Oh, hier hinten sind, äh... Äh, ja. Haut rein, neue Reihen. Dann bleiben uns noch zwei. Die passen dann genau beim Bäcker. Läuft. Oh, was willst du hier? Äh... Ja, komm. Verkauf dem... Verkauf dem König. Schöne Dinge. Äh, königlich wäre dann... So, wir haben hier minus vier. 50 zum Freischalten. Bitte bau das. Dankeschön. Beziehungsweise mach das dann weg. Da passen zwei Bäckereien. Haben wir. Und dann können wir da hoffentlich zuschauen, wie es Brot mehr wird. Beziehungsweise wir können hier... Hier an dem Stand dann direkt Brot haben. Das ist es, was wir wollen würden. Und was folgten wir jetzt noch hier, gell? Military Ford. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Vor Recruiting. Ja, komm, hau rein. Nimm das. Bei der Arbeiterschaft. Hier müssen natürlich auch noch... Vielleicht nicht unbedingt Taverne, aber wo war das? Nein, das war hier vorne, ne? Da war das. Irgendwann war... Passieren, genauso wie der Warenmarkt. Muss dann langsam was hinterher gehen. Hier, schön. 13 erreicht du. Hm. Neuankömmling, bitte du mal Audienz. Hier, da ist deine Audienz. Freue dich. Hm. Ei, 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 ei. Hier drüben muss auf alle Fälle... Da muss auf alle Fälle weg, wa? Aber auf alle Fälle. Wie sieht's aus? Oh, zwei Brot. Werden die hier schon verkauft? Nein, warum werden die hier noch nicht verkauft? Gibt Stoffkollege. Jetzt 10 Brot, oder? Ne. Doch, 10 Brot hat er. Wie viel Brot haben wir insgesamt? Wir haben insgesamt 19 Brot. Okay, der backt viel Brot aus dem Mehl. Das ist schön. Da ist schon eins konsumiert worden. Ah, da fehlt's am Stoffe. Okay, ja, dann müssen wir gucken, dass da ein bisschen, dass es da ein bisschen vorwärts geht. Und ich befürchte, Leute, ich glaube, ich mache die Folgen ein kleines bisschen kürzer. Also wirklich ein kleines bisschen nur. Denn, ja, ich glaube, das hilft uns. Und wenn dieses Ruckelfest jetzt in OBS genauso aufgenommen wird, wie es da ist, dann, ja, freudige, freudige Brüle. Neuankömmling, schon wieder. Mensch, Hammer. Wie sieht's hier aus? Zwei Müller, da sind vier Korn drin. Hau rein. Möchte er nicht. Schade. So, was passt denn hier? Was können, ach ja, genau, wir können jetzt hier den, das Military Fort können wir jetzt bauen. Ja, aber ich weiß auch nicht, wohin. Wahrscheinlich irgendwo dann hier. Da schön so an die Kante hin, dass wir auch noch ein bisschen weiter gucken können. Wah. So müsste das, ja, vorbei, schade. Anyway. Und da müssen wir gucken, dass die, dass die Bäume mal wegkommen. Das ist auch unbedingt wichtig, ganz zwingend. Ja. Ja, aber man merkt schon, dass das Spiel tatsächlich deutlich, deutlich langsamer geworden ist. Das merkt man schon. Durch dieses, das brauchst du und das brauchst du. Und da muss, guck man dann, ja, natürlich, mit dem Geld, ne, ganz klar. Das ist natürlich auch nochmal so eine Geschichte. Und, wollt ihr noch was wissen? Was, mal, und zwar hier. Lass da runtergehen. Open List. Ja, genau, die brauchen Waren, Nahrung und, ne. Und was braucht ihr hier unten? Waren und Luxus. Aha. Also, die nächste Riege bräuchte ich dann schon Waren. Ich glaube, da bleibt uns unsere Bauarbeiterin nicht lange erhalten. Verlade, dass sie gar nicht da ist, oder? Ne, das ist das Sägewerk. Da ist es. Jetzt kann man. Ich glaube, da wird die sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr unzufrieden. Zumindestens meine Meinung. Weil wir haben 150 beisammen. Das bedeutet, wir können immer noch darauf warten. Hervorragend. Aber da kann man hier wenigstens mal ein bisschen... Oh, das sieht nicht so hübsch aus, ne. Naja, gut, aber... Oh, da hinten wird auch rumgelaufen. Da wird gesammelt. Da wird grob gesammelt. Sehr schön. Ei, 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 ei. Aber plus 12, ne. Oben auf unserem... äh, 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 Münzen-Dingens-Tal da, ne. Ist der auch mal ganz schön. Und das ist der auch mal ganz schön, wenn man da ein bisschen zuguckt. So, wir haben 200. Wir können. Und wir werden. So, haben wir. Jetzt hier hin. Jetzt hier. Und jetzt können wir das da reinhauen. Okay. Hauen wir rein. Passt. Sehr schön. Dann haben wir hier oben auch wieder einen Erfolg bekommen. Dann haben wir noch das Vorhaben der Siedlung. Und hier haben wir das, wo wir dann... Genau, da kosten die Geschichten dann nur noch die Hälfte. Das ist ganz praktisch. Da kommt wieder ein bisschen Geld rein. Da können wir... Aha. Ah, ja. Ah, ja, ah, ja. Aha, aha, aha. Und hier können wir dann... nach Mineralvorkommen suchen. Zwei davon. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Wir gucken mal, wo die sind. Ja, das ist sehr schön. Und das ist auch gleich das, was wir erforschen sollten. Beziehungsweise natürlich nicht wir, sondern unser... Ja, unser hervorragender Vogt, was wir dann tun. Ja, vielleicht kriegen wir das ja noch dann. Wobei, es hilft uns ja nichts, weil wir können ja noch nicht mal Minen und so bauen. Ja, also... Da vielleicht dann doch nicht so vorschnell und so. Da oben würden sich doch Schafsfarmen hervorragend machen, ne? Muss man halt jetzt schon auch mal sagen. Dass ich das da auch machen würde. Apropos... Haftfarmen. Das geht hier noch nicht. Ne, Tabernkippen. Okay. Hier wäre es. Wir müssten hier oben auf 50. Wir sind auf 42. Naja, aber ich würde sagen, das kriegen wir dann schon hin. Nach und nach und mit der Zeit. Ja. Würde ich sagen. Kriegen wir das dann schon. Und da können wir... Eigentlich könnten wir den auch mal. Ich weiß zwar nicht, welche Waren, das er da dann haben wollen würde. Aber im schlimmsten Fall müssen wir halt irgendwo welche kaufen. So, hier hinten vielleicht, weiß ich nicht, Holz raus. Und dafür... Keine Ahnung. Stoff rein oder so. Oder Klamotten. Vielleicht auch gar keine so dumme Sache. Vielleicht mal hier bauen. Und dann auf hier... Hier... Dann auch schön hier hinten rein. So. Ja, das geht mal von oben. Ja, so sieht es doch ganz hübsch aus. Baut es da mal hin. Zack, danke. Sehr schön. Dann kommen da schon wieder die nächsten Leute rein. Ach, hervorragend. Seht, ja, ja, der Nächste. Wir haben gerade keine Aufträge. Da hinten läuft keiner rum. Ach. Mensch. Da nähert sich ein Bote. Kaum sagst du, was tut es schon. Ja. So ein Strolch wieder einer um dich herum. Ah, hier drüben wird jetzt auch freier. Sehr schön. Oh, da reitet er an. Ganz geschwindbar. Sag, was willst du? Äh. Okay. Äh. Ja. Sollen sie kommen. Ja, dann werden sie halt hier verwöhnt. Dann werden sie halt hier stark verwöhnt. Mal hier hin. Hier hin. Hier hin. Handel. Hier können wir... Die möchten kaufen. Ja, das ist ein Problem. Ich meine, die verkaufen ja wenigstens Stoffe, aber die verkaufen keine Klamotten. Hahaha. Naja, wir können mal hier... Stoff. Oh, bist kaufen, bist zu... Okay, ja. Ach, und da kommen die Touris wieder. Okay. Da kommen die Touris wieder. Fünf Leute. Komm. Mach den noch fertig und dann... Mach mal hier. So, sehr schön. Zack, 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 zack. Dann wollen wir hier... Stoff wollen wir hier liegen haben. Und... Steine wollen wir hier liegen haben. Und die Steine wollen wir hier liegen haben. Und... Ja, irgendwann halt dann Kleidung, ne? Ja, das sind die Dinge, die wir hier liegen haben, wollen würden, die da unten sind, sehr zufrieden. Und ich würde sagen, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir können hier übrigens jetzt weitermachen, ne? Ja? Machen wir auch direkt. Bis dahin. Genau. Vergesst es zu bewerten. Und schreibt gerne an den Kommentar, wenn ihr wollt. Richtig. So, dann haben wir alles auf der YouTube-Blüste abgehakt. Jo, alles auf der YouTube-Blüste abgehakt. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Und ciao.